Und hiermit herzlich willkommen zurück zu Captain Toad Treasure Trigger. Bevor wir mit einem neuen Devil weitermachen, machen wir erstmal die Sonderaufgabe Tragadons, Goldrausch und holen uns Vermünzen ab. Andererseits bringt uns das eh nicht mehr viel, weil wir haben mittlerweile unendlich Leben in dem Sinne. Mehr als 99 geht nicht. Special. Vielleicht können wir ja einen neuen Eisrohr machen. 336. Geht ihr Volklaugen? Hat mir kein Leben, wäre das ein Leben gewesen. Und das ist ein neues Highschool? Ja. So, Geisterjagd im Schattenschloss. Okay, das kennen wir ja schon. Geisterjagd im Schattenschloss. Geisterjagd im Schattenschloss. spotify brauche ich mir das klicke ich jedes mal nach spotify hier ist aber nichts Oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Ich geh gleich hier runter. Ja, erster Diamant. Na, Glück laufen. Kommst du bitte runter? Wie bringe ich die jetzt am besten wieder zu? Okay. Hallo. Wir bleiben einfach hier stehen. Super. Ja. 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 Vielen Dank für's Zuschauen! Merci beaucoup! Ich habe mich schon mal als erstes in die Kirche zurück. Hast du respawned? Hoffe ich mal nicht. Okay, alle Lichter sind an, das ist gut. Wunderschön, als nächstes kommt Lorenfahrt um die Eisenfestung. Was ist das? Oh Gott. Nein, ich habe ein bisschen Essen hier am Anfang verpasst. Neustart bitte. Dann würde ich das gerne nochmal machen. Oh Gott. 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 nicht alles. Den ersten Diamant am Anfang nicht alles. Emiya? Wie soll ich denn da hochkommen? Naja, eh ja. Das sind dann höchstwahrscheinlich die 18, die mir jetzt fehlen. Nein, wir haben 1300 Prozent. Yes. So, was kommt als nächstes? Wo ist die richtige Krone? Die schreckliche Schokoladenpfund. So schrecklich finde ich das jetzt nicht. Okay, vielleicht ist es doch ein bisschen. Oh. 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 1-up Okay. Ah, ich sehe schon. Wie bei Stark das? Oh, God. Ah, da ist da jemand. Ich weiß nicht, wie sich das ankündigt. Ich weiß nicht, wie sich das ankündigt. Ah, da ist der zweite Diamant. Okay, ich habe es gesehen. Ah, Mist. Ich habe es gesehen. 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 Ist ja irgendwo ein Pilz. Merci beaucoup. Jetzt muss ich warten. Das ist ja... Ich glaube, das ist eigentlich kein Problem. Wie kann ich denn an den Diamanten holen? Äh, nee, ich warte lieber. Ah, Mist. Das ist ja, ich warte lieber. Warte mal, ich geh mal allgemein mal zurück. Ich kann mir vorstellen, dass gegebenenfalls die Aufgabe ist, sie alle zu zerstören. Das sollte mich ja noch in die Sicherheit wiegen, genau. Ich kann das mir wirklich vorstellen, dass das eine Aufgabe ist. Deswegen mach ich das mal und am Ende. Das müssen alle überlegen. Wunderschön. Geheim Goldpilz eingesammelt. Haben wir das? Nein, haben wir nicht. Warte, liebes bisschen. Uiuiui, da haben wir einiges zu tun. Du, liebes bisschen. Wingo's Doppelgänger. Nein, kein Doppelgänger. Okay. Gut, dann würde ich jetzt aber an dieser Stelle sagen, macht mir ja Schluss. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen und wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Captain Toad Treasure Trigger. Bis dahin. Tudelü.